Was denn so jetzt bei euch ganz konkret passiert ist, auch so dieser Schritt ins neue Büro, da ist ja super viel Veränderung und Wachstum vor allem bei euch. Wie ist es so für dich, wie nimmst du das jetzt wahr, Aufschwung und so, wie ist so die Energie, die Stimmung in eurem Team und was hast du gerade so selbst für Learnings, die du daraus ziehst? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Immolution-Podcast, heute in dem neuen Setup sozusagen. Es ist noch nicht zu 100% final, also hier kommt noch im Hintergrund was, was genau, sind wir noch nicht zu 100% sicher, aber das wird dann in der nächsten Podcast-Folge sozusagen final werden. Heute habe ich einen geilen Gast am Start, wir haben schon mal einen Podcast zusammen gemacht, der Wendelin. Hallo zusammen. Und ja, lass mal quatschen, ist ja viel passiert, ne? Ja, es ist sehr viel passiert, ich habe ja vieles mitbekommen, was bei euch passiert ist, dadurch, dass ich ja bei euch, dass wir ja nicht nur Kurzvideos machen, sondern auch wirklich eng so zusammenarbeiten, war ich ja auch öfters jetzt schon hier im neuen Büro seit letzter Woche. Und es ist erstens natürlich super geil, ich meine, alle, die den Podcast hören und da waren, wissen, wovon wir sprechen. Und alle, die nicht da waren, müssen auf jeden Fall mal vorbeikommen, weil es ist schon geil hier. Und ja, ich habe gedacht, lass heute mal so ein bisschen drüber quatschen, was denn so jetzt bei euch ganz konkret passiert ist, auch so dieser Schritt ins neue Büro, weil das kriegt man ja so von außen mit. Okay, neues Büro, aber man weiß vielleicht gar nicht, was jetzt wirklich so dahintersteckt, weil es sind ja auch wirklich viel Fläche hier, 600 Quadratmeter, ihr habt einen eigenen Seminarraum, da ist ja super viel Veränderung und Wachstum vor allem bei euch. Und lass mal starten so mit der Büroeröffnung auch am Wochenende, wo ja super viele Kunden und Interessenten da waren. Wie ist es so für dich, wie nimmst du das jetzt wahr, so diese Phase, in der ihr euch befindet, dieses Wachstum, neues Büro, nochmal richtig Aufschwung und so, wie ist so die Energie, die Stimmung in eurem Team und was hast du gerade so selbst für Learnings, die du daraus ziehst? Ja, also erstmal vielen Dank für jeden, der da war von den Leuten, die zuschauen, sind glaube ich ein paar, aber wo fange ich an, wo höre ich auf? Also erstmal ist natürlich in den letzten Jahren generell sehr viel Wachstum und Entwicklung passiert und das Thema neues Büro, mehr Fläche und auch einfach ein neues Level, so insgesamt jetzt mal vollkommen unabhängig von der Fläche, war eigentlich so die logische Konsequenz daraus. Ich meine, wir hätten jetzt im alten Büro auch noch so ein, zwei, drei Leute aufnehmen können, aber wir wollen ja nicht nur mehr Leute haben, das machen wir natürlich nicht, um einfach Leute einzustellen, sondern weil wir den Bedarf haben, weil wir die Leute brauchen, sondern wir wollen natürlich auch einfach eine extrem geile Experience liefern, sowohl unseren Mitarbeitern, uns selber, aber natürlich auch viel, viel wichtiger, unseren Kunden. Oder zumindest die Leute, die Kunden werden wollen. Und deshalb war das so die logische Konsequenz daraus. Natürlich auch viele einfach richtige Entscheidungen, die wir getroffen haben, damit diese Dinge überhaupt möglich sind, damit man überhaupt auf, es sind sogar noch ein Ticken mehr als 600 Quadratmeter wachsen konnte und ausgebaut vom Allerfeinsten, also wirklich eine geile Experience, damit das überhaupt möglich ist. Ja, genau. Genau. Und um jetzt im nächsten Schritt zu kommen, was hat das für Auswirkungen aufs Team? Extrem groß. Sehr groß. Also ich glaube jetzt, also in der ersten Woche, seit wir im Büro sind sozusagen, also wir sind jetzt seit anderthalb Wochen hier. Die erste Woche in dem neuen Büro war eine der erfolgreichsten Wochen überhaupt. Ja. Und das zeigt eigentlich schon, was das für eine Auswirkung auf alle hat. Weil da ist schon auch Last abgefallen. Weil der Prozess hat sich ja gezogen seit Oktober letzten Jahres, seit Oktober 2023. Wir haben jetzt knapp, also wir haben jetzt Ende April. Also langer Prozess, viel Arbeit reingeflossen, viel alles reingeflossen. Ja, viel wirklich alles. Schweiß, Blut und Tränen. Genau. Und da ist natürlich allgemein Last abgefallen von allen. Und das merkt man, jeder hat übelst Bock hier zu sein. Weil es auch einfach, also wie gesagt, für die, die jetzt noch nicht hier waren, wir haben halt nicht nur ein Büro, sondern wir haben ein Produktionshaus geschaffen sozusagen. Das war so unser Anspruch, ja. Man kann ja hier an der Stelle vielleicht sogar mal so ein paar Shots einblenden, so von den Highlights hier im Büro. Wie das wirklich aussieht, dass die Leute, die den Podcast auch schauen, wirklich mal ein Bild davon bekommen. Genau. Also, ne, denk dran. Shots vom Büro einblenden. Ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Du warst hier geblieben bei den Räumlichkeiten hier, die Team Experience, dass auch so eine Motivation eine andere ist. Genau. Weil, genau, wir wollten halt ein Produktionshaus machen. Und uns war es auch wichtig, so ein Wohlfühlambiente zu schaffen. Und deswegen haben wir, glaube ich, eine richtig, richtig geile Kombination zwischen Working Space, aber auch so Living Space, wie so eine Hotellobby so ein bisschen auch, ja, geschaffen. So, dass die Mitarbeiter gerne hier sind. Ungefragte Überstunden sind extrem viel mehr geworden als vorher. Also, ne, ohne jetzt Aufforderung. Einfach, weil man hier sein will. Weil man gar nicht nach Hause gehen will. Das hört sich jetzt wirklich komisch an. Viele Leute werden das auch wahrscheinlich nicht nachvollziehen können, dass es wirklich so ist. Und denken jetzt so, ja, ja, der redet jetzt. Aber nein, so ist es wirklich. Zu 100 Prozent. Also, es hat sich gelohnt. Ja. Und es wird natürlich noch viel, viel Geiles damit kommen, ne? Weil wir haben halt jetzt ganz andere Möglichkeiten. Du hast es eben schon angesprochen. Wir haben einen eigenen Seminarspace. Weil eine Sache, die bei uns auch sehr, sehr wichtig ist, die kaum ein anderer eigentlich macht, ist, wir wollen diesen One-to-One, diesen wirklichen mit dem Kunden gemeinsam Arbeiten Gedanken viel, viel weiter ausbauen, viel, viel weiter integrieren in unsere Dienstleistung. Und dafür haben wir jetzt einen Grundstein geschaffen, dass das möglich ist. Genau, und da würde ich gerne anknüpfen, weil man hat es ja auch bei der Büroeröffnung gemerkt, darüber reden wir, denke ich, gleich auch noch. Du hast gesagt, One-to-One-Gedanke mit den Kunden. Jetzt kann man ja sagen, ja klar, aber ich kann ja auch One-to-One in Zoom-Calls mit dem Kunden arbeiten und so. Warum habt ihr euch dafür entschieden, zu sagen, einen eigenen Seminarraum zu schaffen und wirklich regelmäßig Kundenevents hier zu machen, seien es Bootcamps, seien es Weiterbildungen, Seminare aller Art? Warum habt ihr euch entschieden, das wirklich hier vor Ort zu machen, um die Kunden auch hier zu haben? Ja, also erstens, weil, schau mal, am Ende, Menschen kaufen ja von Menschen auch ganz viel, ja? Und Weiterentwicklung auf Distanz ist halt einfach nicht das Gleiche wie von Person zu Person. Und der Punkt ist halt eine Sache, wenn man viel von einer Person lernen will oder lernen soll, um sein eigenes Business weiterzubringen, dann hat man ein anderes Feeling, auch die Kunden haben ein anderes Feeling in der Umsetzung, wenn sie wissen, ich kann diesen Menschen anfassen, ich kann den greifen, okay? Der ist präsent für mich und den gibt es eben nicht nur in digitaler Form. Und das sorgt halt auch einfach dafür, dass unsere Kundenergebnisse viel, viel besser sind. Bei meiner Meinung nach trifft ihr damit auch gut den Zahn der Zeit, denn es hat sich ja gerade jetzt so, wo sich das ganze Coaching-Bubble, wenn man jetzt mal weiter rausgeht als nur Immobilienmakler, sondern mal die ganze Coaching-Szene sich anschaut, ist es ja mittlerweile Normalität, okay, man macht online, man macht Zoom-Gruppen-Calls, man macht einen Kurs und so. Und das ist ja auch bei dem einen weniger und bei dem anderen mehr hochwertig. Bei euch ist das sicherlich extra klasse. Aber dieses, der Trend der Zeit oder der Zahn der Zeit, auch jetzt zu sagen, okay, man hat mehr offline auch noch was stattfinden, zudem online auch noch offline, weil, wie du eben gesagt hast, es ist eine andere Experience. Man lernt an, die Dynamik, das Zwischenmenschliche, wie man dann miteinander kommuniziert und wie man auch lernt, ist was ganz anderes. Ja, und so können ja auch Bindungen besser entstehen. Ja, okay, was war in der, also am Wochenende der, das Event war die Büroeröffnung, da waren wir ja alle da, da waren ja auch super viele Kunden da, ich glaube im Endeffekt, oder zu Peak-Zeiten waren wir so. Das waren so knapp, also ich würde sagen so irgendwas zwischen 180 und 200 Leuten so ungefähr. Ja, also es war hier schon einiges los, da kommt ja auch noch ein Vlog online, falls er nicht schon online ist, wo man auch noch ein paar Einblicke bekommt. Aber du hast dich so, ja auch nochmal ausgetauscht mit vielen eurer Kunden, die schon da sind oder auch Interessenten. Und jetzt das Thema Wachstum, ihr seid jetzt hier hingegangen, neues Büro, viel und das ist ja auch, viele, die zuhören, sind jetzt vielleicht nicht in diesem Wachstumsmindset, sondern sind jetzt direkt in dieser, wie du es auch immer so schön nennst, Angstzone, wo sie sagen, ja okay, aber da kommen ja dann auch super viele Kosten mehr und das steigt ja und das Risiko hier und das Risiko da. Was kannst du jemandem mitgeben, der jetzt auf diesem Scheideweg steht? Okay, ich bin vielleicht Makler, überlege mir mein erstes Büro überhaupt zu holen in diesem Punkt. Ich weiß was. Oder ich muss mich vergrößern, eigentlich weiß ich das, weil der Platz nicht mehr reicht, weil ich Mitarbeiter brauche, aber ich traue mich nicht so richtig den Weg zu gehen, weil das kostet ja mehr Miete und hin und her. Ja, also guck mal, das Mindset entsteht ja aus Unsicherheit heraus. Die Einstellung entsteht ja aus einer Unsicherheit, aus Nichtwissenheit und zwar, wie schaffe ich es, genügend Umsatz zu produzieren und das kontinuierlich und planbar, damit Kosten mir nichts ausmachen. Und da kommt ja das ursprüngliche Problem her. Das heißt, die Leute haben halt keine Wege, wie sie konstant an Objekte rankommen. Sie kommen zwar ab und zu an Objekte, dann kommt mal ein bisschen wieder Geld rein, dann wird wieder ein, zwei Monate gewartet, vielleicht kommen dann drei auf einmal rein. Dann ist das eine Objekt in sechs Wochen verkauft, das andere liegt vier Monate im Bestand und wird nicht verkauft und so weiter. Ganz ehrlich, dann hätte ich auch Angst, wenn es so wäre. Weißt du, wie ich meine? Also wenn das so wäre, hätte ich auch Angst und würde wahrscheinlich auch solche großen Moves überhaupt gar nicht in Erwägung ziehen. Okay, also sagst du auch jetzt, das klüpft dir auch ein bisschen an, darüber habe ich dir letzte Woche im Podcast-Rede, habe ich mir auch angehört. Dass natürlich die Arbeit da sein muss, aber angenommen, ich weiß jetzt okay. Aber die Arbeit muss ja auch erst mal erschaffen werden. Also die muss man sich ja auch machen. Ja, natürlich. Das ist ja auch ein Ding. Sorry, dass ich da unterbreche, aber das ist ein wichtiger Punkt. Und es geht ja zum einen darum, dass man erst mal die Basics und das Fundament legt. Und wir haben halt die letzten fünf, sechs Jahre, ich war ja nicht mal die volle Zeit wirklich parallel dabei. Vieles ist ja auch ohne mich entstanden. Aber wir haben halt die letzten Jahre einfach das Fundament stabilisiert, das Fundament richtig aufgebaut. Und das Fundament eines Immobilienmaklers sind Prozesse, sind Abläufe, ist eine Markenbekanntheit, die man sich aufbaut. Ja, und du sollst natürlich, oder musst nicht der bekannteste Makler in deiner Region sein, um so einen Schritt zu machen. Aber du solltest halt eine gewisse Sichtbarkeit haben. Du solltest Prozesse haben, die in der Lage dazu sind, Interessenten zu Kunden zu machen. Und du musst in der Lage sein, planbar Cashflow zu produzieren. Das heißt, dass deine Objekte nicht brach liegen die ganze Zeit und so weiter. Weil am Ende mit Objektbestand, weil viele Leute kommen, ja, ich habe 20 Objekte im Bestand. Ja, probiere mal mit Objektbestand an der Kasse zu zahlen. Ja, funktioniert nicht. Kartenlesegerät nimmt kein Objektbestand. Das nimmt Geld. Und wenn du nicht in der Lage bist, planbar Geld zu verdienen, dann, das ist die Grundlage. Das musst du als erstes können. Und da musst du auch bereit sein, alles für zu tun. Weil am Ende gibt es sonst nur zwei Möglichkeiten. Akzeptiere den Zustand, in dem du bist. Aber dann brauchst du auch nicht jammern. Oder triff eine Entscheidung, das zu verändern. Und da gibt es genug Wege, wie man das machen kann. Sehr schön gesagt. Also, das war gut auf den Punkt gebracht. Auch das Thema, was viele ja dann haben, okay, überhaupt erstmal planbar Umsatz reinzubekommen. Bevor ich sagen kann, okay, ich kann Mitarbeiter einstellen, diese Unsicherheit. Aber trotzdem, das hast du ja auch beobachtet, bleibt das bei vielen, die dann irgendwie Einzelkämpfer bleiben. Und die wissen schon, okay, es kommen jeden Monat planbar Objekte rein. Aber die dann in diesem goldenen Hamsterrad drin sind. Immer in diesem, man muss alles selbst machen, man muss alles selbst machen. Man verdient gutes Geld für sich, okay, keine Frage. Aber wenn man einmal ausfällt oder wenn man einmal Urlaub machen will, geht nicht. Was würdest du so jemandem mitgeben, der dann da wirklich sagt, okay, Wachstum, ich kann eigentlich vom Umsatz her wachsen, aber ich traue mich nicht, diesen Weg zu gehen, Mitarbeiter anzustellen, Verantwortung zu übernehmen, wirklich in den Schritt zu gehen und sagen, ey, der nächste Schritt ist einfach Mitarbeiter. Weil sonst werde ich mich irgendwann totarbeiten und, keine Ahnung, liegt im Krankenhaus. Ja, auch Angst kommt ja aus Nichtwissenheit. Ja, ist ja auch wieder der gleiche Punkt, weil ich habe heute ein sehr interessantes Telefonat gehabt mit einem sehr erfolgreichen Makler, der auch mittlerweile Kunde bei uns ist. Haben wir über dasselbe gesprochen. Und Geld zu verdienen ist das eine. Das ist aber auch die tiefste Form der Motivation. Das ist ganz weit unten. Was man halt verstehen muss, ist, dass man immer irgendein Spiel spielt. So, und es ist halt viel, viel geiler, ein großes Spiel zu spielen, als so ein kleines Spiel zu spielen. Weil das hat man auch dann schnell durchgespielt. Ja, ähm, und der Punkt ist einfach, um jetzt auf wieder dieses Thema Nichtwissenheit zu kommen, Leute, die sagen, ähm, ja, kein Bock auf Mitarbeiter oder ich habe keine Lust auf Wachstum, das sind ja meistens Leute, die, und ich meine das vollkommen wertfrei, ne, also gar nicht jetzt negativ oder positiv, das sind ja entweder, haben sie aus dem Umfeld, sind sie halt in einem Umfeld groß geworden oder aufgewachsen, wo das eben nicht normal war, sowas zu haben oder sowas aufzubauen. Oder sie sind halt, haben Leute jetzt im aktuellen Zustand, äh, Zeitpunkt Leute um sich rum, die halt negative Erfahrungen mit sowas gemacht haben und dieses, diese negative Erfahrung eben auf andere oder auf dich halt abwälzen. Oder du selber hast schon mal die negative Erfahrungen gemacht. Und die kamen ja aber auch ganz oft aus Unwissenheit heraus, weil du nicht wusstest. Ja, nicht ganz oft, immer. Ja, eigentlich immer, weil man nicht weiß, wie man die Mitarbeiter einstellt. Bei der Einstellung ist ja dann schon der erste Fehler überhaupt, die falsche Person wird eingestellt, dann wird sie nicht richtig eingearbeitet, weil man selbst die eigenen Prozesse nicht drauf hat und so weiter und so fort. Ja, weil, schau mal, wenn das, wenn das alles so kacke wäre mit Wachstum und Mitarbeitern und so weiter, dann würde es ja, dann würde es ja keine erfolgreichen Unternehmen geben mit hunderten von Mitarbeitern oder tausenden. Und, also, weißt du, das würde es ja dann gar nicht geben, wenn das nicht gehen würde oder wenn das alles so scheiße ist. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass jetzt jeder das machen muss oder machen soll. Wir haben ja auch Kunden, die das gar nicht wollen. Das ist ja auch okay. Aber nochmal, es kommt aus Unwissenheit, aus Nichtwissenheit und that's the point. Ja. Ganz einfach. Aber jetzt Übergang zu einem anderen Punkt. Wir haben ja gerade eine sehr lustige Story beim Essen besprochen mit noch ein paar Teammitgliedern. War das deine Schwester, die Gruppe oder wie war das so? Das war jetzt, das war, die Geschichte war so, das war eine Studienkollegin von meiner Schwester. Ja, das kenne ich nicht, ne? Auch alle Namen, die wir gleich nennen sollten, sind erfunden. Und da, ja. Macht die man so ganz so auf den, auf den kurz und knapp, was war das Ding, was da passiert ist? Ja, um es kurz und knapp zu sagen, das war eine Abi-Gruppe. Das ist eine Freundin von meiner Schwester, die waren mit ihrer Abi-Gruppe auf Abi-Fahrt. Das sollte alles super schön werden, super schöner Abschluss. Die sind nach Amsterdam gegangen, haben dort ein Wochenende-Party gemacht. Samstagabend wollten die dann einmal das letzte Mal noch so richtig einen drauf machen. Unterwegs gewesen. Dann hat sich aus der Gruppe ein Freund, hat sich mit einer so ein bisschen, ne? So im Club, hat sie so ein bisschen kennengelernt, hat sie so ein bisschen mit der harmoniert, sympathisiert. Und die haben gesagt, ja komm, wir lassen die dann auch mal so alleine, sind irgendwann heimgegangen. Der ist mit deiner Bekanntschaft dann aufs Hotelzimmer von ihr gegangen. Und das Ende vom Lied war, die sind am nächsten Tag aufgewacht, der Kollege von denen war nicht da. Die mussten abreisen und haben irgendwann gesagt, okay, wir reisen ab. Wir fahren mit dem Auto hinterher, dann können wir ihn flexibler suchen. Sind in den Zug eingestiegen, haben den Kollegen da gefunden, völlig benebelt. Auf einer Parkbank oder so? Nein, im Zug, im Zug selbst, in dem Zug. Das heißt, sie waren, der Zug, in den sie eingestiegen sind, da saß er drinnen. Der saß da durch Zufall in dem gleichen Zug dann drinnen. Haben ihn angesprochen, ja hey, was ist, was ist los und so. Haben gemerkt, er ist völlig benebelt, nicht bei sich. Dann hat er so seine, er hat so seine Arme verschränkt vor sich. Ist so ein bisschen hoch, hat so seine Arme von sich weggemacht. Die haben hier eine Riesenlache gesehen, war alles rot, Blutlache. Haben das hochgehoben, er hatte hier eine Narbe und ihm wurde die Niere geklaut. Und dem wurde, das ist so wirklich das Schlimmste, was passiert. Also, das ist ja absolut absurd, ja. Ich konnte das gerade gar nicht glauben. Viele wahrscheinlich von euch werden das auch, das ist auch wirklich crazy. Ja. Also, der Bogen, den wir jetzt gerade spannen oder den ich gerade versuche zu spannen, ist wahrscheinlich ein bisschen komisch. Aber die Leute, die uns schon ein bisschen öfter zugucken, ihr versteht den Humor vielleicht. Auch wenn es natürlich überhaupt nicht lustig ist. Ja klar, man muss sagen, natürlich ist es an sich eine schlimme Story, aber im Nachhinein kann man immer noch mal was daraus lernen und das Ganze auch mit Humor. Genau, weil ich will auf Folgendes hinaus. Das hat zwar nichts mit dem zu tun, was wir bis jetzt besprochen haben, aber was viele Leute ja auch machen, gerade Makler, ist, man ist ja schon in einem Gebiet oder in einer Branche, die umkämpft ist. Weil natürlich viele neue Leute in den Markt kommen, so nach dem Motto, man muss nicht so viel vorweisen können, kann schnelles Geld verdienen und so weiter. Jeder Makler hat in seiner Region, ist nicht alleine. Ja, also der Konkurrenzkampf ist groß. Und deshalb kann ich es umso weniger verstehen, warum Leute, selbst wenn sie Erfolg haben, gerade, nicht aufhören, ihr Business weiterzuentwickeln. Weil egal, wie lange es dauern wird, aber es wird der Punkt kommen, da werden Leute kommen, die werden mehrfach hintereinander über einen längeren Zeitraum richtige Entscheidungen treffen. Und die werden euch, und jetzt kommt dieser Übergang zu der Story, weil irgendwie bin ich darauf gekommen jetzt gerade, die werden euch was wegnehmen. Die werden euch was wegnehmen, okay? Und weil der Markt ist ja nicht, der ist ja nicht unbegrenzt. Das ist ja, man kann, Grundstücksmarktbericht, man kann gucken, wie viele Verkaufstransaktionen in seiner Region stattgefunden haben, von dem Jahr so und so bis so und so pro Jahr. Man kann es ja einsehen. So, wenn der Markt jetzt immer gesättigter wird und dann mal wirklich eine Person kommt, die richtig gut ist und die kontinuierlich sein Business weiterentwickelt, dann wird es ja nicht für dich leichter. Weil desto präsenter ein anderer wird, desto besser ein anderer wird, desto schwieriger wird es für dich. Deswegen, man darf nicht anfangen, sich auf dem auszuruhen, was man hat. Nochmal, egal wie erfolgreich du gerade bist, du musst kontinuierlich dafür sorgen, dass dir ein anderer nichts wegnehmen kann. Heißt nicht, dass du ausschließlich konkurrenzfokussiert sein sollst, null Prozent, ja, Konkurrenz ist da, wird es immer geben. Ist auch gut. Ist auch gut, genau. Mach dein Ding, aber mach auch dein Ding. Also, arbeite kontinuierlich weiter und sorg dafür, dass du immer ein Step ahead bist, also, dass du halt die richtigen Dinge tust, damit dir keiner deinen Platz wegnimmt. Ja, weil was ja dann durchaus, um das nochmal abzurunden, was ja dann durchaus passieren kann, dass du zum Eigentümer gehst, das Eigentümergespräch hast, nach dir kommt ein anderer Makler rein, der viele gute Entscheidungen hintereinander getroffen hat und bei dir läuft es eigentlich gut und so, aber du merkst ja, okay, der schnappt dir irgendwie ein, ein Objekt nach einem anderen vor der Nase weg. Ja, und das Ding ist ja auch, was viele nicht wissen oder wo viele nicht drüber nachdenken, ist, du verlierst einen Auftrag nie, 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 nie an ein besseres Produkt, immer an einen besseren Verkäufer, okay? Das heißt, selbst wenn du die beste Dienstleistung hast und selbst wenn du der einzige Makeler in deiner Region bist, der wirklich ein wahrhaftiges Interesse daran hat, den Job gut zu machen, aber der andere, dass seine Dienstleistung besser verkaufen kann als du, hast du ein Problem. Ja. Du hast ein Problem. So, und deswegen, das ist das Ding, ne? Deswegen auch Kunde werden bei euch, dann ist nämlich nicht nur die Dienstleistung die beste, sondern auch das Marketing. Und das Verkaufen. Und das Verkaufen. Genau. Ich würde sagen, damit schließen wir es ab für heute. Waren ein paar interessante Sachen bei. Ja, ich bin mal gespannt, wie die Leute die Geschichte mit der Niere fanden und das Ganze. Stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal vor. Ihr seid unterwegs und werdet dann betäubt und euch wird einfach eine Niere geklaut. Alter. Ja. Komm ins Coaching, bevor euch die Niere geklaut wird. Das ist ja wirklich absurd. Also, peace. Ciao. 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 Vielen Dank.